Super leckerer Grießschmarrn. Nimm 500 Milliliter Milch und gib 250 Gramm Grieß hinzu. Bringe die Zutaten zum Kochen und gib 50 Gramm Butter in eine Pfanne. Lasse sie schmelzen und verteile anschließend die Milchgrießmischung in der Pfanne. Teile sie in Stücke und süße sie mit 30 Gramm Zucker. Ich habe den Grießschmarrn mit Staubzucker und frischen Erdbeeren gegessen.